Julio, nein, Juan, genau, Julio, Juan ist alles das gleiche, in Spanien war schon das C für Carlos, ne alles gut, ja hier ist Julio und wir spielen mit Micha heute 1400 Punkte, kleine Turnierverbreitung, Tyraniden hast du mitgebracht, gegen Black Templar, habe ich auch lange nicht mehr gespielt jetzt tatsächlich in der Form und bevor ich vergesse was ich dabei habe, würde ich einfach mal kurz anfangen und meine Liste durchgehen, ja wie gesagt 1500 Punkte, ich habe ein Battalion dabei, habe, oh Gott, Helbrecht, Grimaldus und den Smash Chaplain, er ist auch mein Warlord, Grimaldus hat die Leta 9 für die Mortal Wounds und plus eine Attacke, er hat Mastered Arms, also Fight First plus eine Attacke, hat dann noch eine zweite Warlord Trade, Imperium irgendwas, dass er eine Wunde und ein 6 für No Pain hat und dann hat er noch das Relikt, dass er Schadenscharakteristiken auf 1 reduziert, das heißt insgesamt kostet er gut nämlich 3 Kommandopunkte, dann hat er die Lettin die Canticle of Hate, dass ich plus 2 auf Charges kriege, habe einmal Assault Intercessor, nochmal Assault Intercessor, einmal Incursor, einmal Assault Marines mit dem Beast Pirate Flamer für 10 Punkte, keine Ahnung, dann habe ich einmal Champion of the Feast Terminatoren, das sind Relikt Terminatoren mit Klaue und Chainfist, dann habe ich einmal Vanguard Bedroins mit, der Captain hat ein Schild und einen Hammer und die anderen haben ein Power Schwert und Clown, drei Eradicator, einer hat minus 1 Damage bekommen und hinten sind noch Eliminator, die haben Ignore minus 1, 2 AP auf einem Modell und der Sargent hat die Witch Seeker Boys bekommen für 1 CP, damit ich Charaktere snipen kann mit Mortal Wounds, Psyoniker Charaktere nur, davon hast du ja ein paar tatsächlich, gegen World Eaters im letzten Report, wo ich die gespielt habe, haben die nichts gemacht, weil World Eaters nichts dabei hatten, aber ja, jetzt mal gucken, ich starte mit einem Kommandopunkt, und das sind 1500 Punkte, was hast du dabei? Ich habe 1500 Punkte Tyrandien dabei, ebenfalls ein Battalion, ich fange mit dem Kriegshen an, das ist der Schwarmtyrand Azufus mit Tentakelpeitsche und monströsem Hornschwert, der hat eine Reliquie dabei, und zwar die nicht Filamentwürgerkanone, sondern die andere, die 5 Schadenwaffe, die mit 5 Schadenwaffe, ich glaube, man kennt sie, man kennt sie, man mag sie, niemand weiß wie sie heißt, aber jeder weiß, was sie macht, es ist entweder Stachelschlund oder die Filamentwürgerkanone, genau, der hat drei Tyrandenwachen dabei, den beschützen, die haben genau das, was man sieht, nämlich Hornbeile und Tentakelpeitschen, das heißt, ich kann auch mit meiner Sniper nicht auf ihn schießen, er ist einfach nicht beschießbar, solange die da sind. Ja, muss ich lieber wegeimern. Wie bitte? Ich habe aber nichts zum Schießen, kaum. Okay, mein zweiter Haku ist ein Neurotroph, der kann den Neuroparasiten und den Katalysten zaubern, und achso, der Schwarmtyrand kann Nervenschock und wie heißt die Psy-Kraft, mit der man Opferfeuer verhindern kann? Nervenschock, ne, genau, das ist Nervenschock. Das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Ja, ja, ich auch nicht. Und aufpeitschen, genau, dann noch aufpeitschen dazu, das heißt, er kann zaubern, dass jemand vorwirkt und dann angreifen kann noch. Ähm, genau, wir haben zwei Einheiten Tyranienkrieger, einmal sechs mit zwei Biozidkanonen und einmal fünf mit einer Biozidkanone. Ja. Die haben alle genau das, was man sieht, der einfache Tyran. Der eine Trupp hat Schwerter und Peitschen, bis auf einmal oder? Genau. Dann haben wir drei Sontrophen, die genau das tun sollen, was alle Sontrophen tun, nämlich ihren Warp-Blitz-Super-Schmetterschlag. Schön, ey. Ja, ich krieg das gleich noch ins Gesicht wahrscheinlich. Ich hoffe doch. Zehn Gergäulen, die ganz gewöhnliche Gergäulen sind, mit Borkhefer-Schleudern. Und dann haben wir noch drei Bio-Wohren. Die schießen irgendwie Mortal Wound-Bomben, Spornminen, was auch immer. Ja, ja, genau. Entweder W3 pro Modell Spornminen, die man dann irgendwo hinstellen kann, oder tödliche Verwundungen verteilen. Ja. Genau, der Sportist ist ebenfalls dabei. Ein Befestigungsnetzwerk, der kann sechs Spornminen in 18 Zoll platzieren. Ja. Und hat noch ein paar Schusswaffen, die aber nur auf 5 plus treffen. Genau. Und die Harpy? Die schießt mit vier Schaden, habe ich gelernt. Die hat vier Schaden, genau. Die hat zwei schwere Bio-Zieb-Kanonen dabei. Großartig. Und Stachelsporen und ist unfassbar schnell. Cool. Das ist, glaube ich, meine neue Armee. Ja. Wir spielen Teardown the Icons. Das ist wohl eine der Missionen, die gespielt werden soll. Ja. Wald, Obscuring, 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 Obscuring. Das sind ganz normale Container, wie man sie kennt. Und das spielen wir als Obscuring und Ruine und unten zu und unendlich hoch. Und ja. Das sind die Aufstellungszonen. Das ist Teardown the Icons. Das ist die Mission, wo man Explosivstrom-Marker irgendwo hinlegen muss ins No Man's Land. Also derjenige, der hier startet, muss es hier machen. Und derjenige, der dort startet, muss es dort machen. Und ja. Wir kommen gleich mal zurück nach der Aufstellung. Auswahl der Sekundärziele. Und dann fangen wir mal an, ne? Oh. Checker. Ja. Was haben wir gemacht? Oh, warum sitzt mein Mikrofon nicht an? Warte. Ich hab keinen Ton. Ja, willkommen beim Fernsehen, liebe Leute. Die Technik funktioniert nicht. Äh, ja. Was haben wir gemacht? Wir haben aufgestellt, ne? Hier hinten, du hast nichts im Schock. Ich hab die Thermis im Schock. Darf ich nur nicht vergessen, so wie die dahinter im Codex stehen. Und ansonsten hab ich hier infiltriert, dort infiltriert. Ich hab einen CP, du hast drei CP. Und ich hab die Accept Any Challenge No Matter The Odds genommen. Das heißt, ich zähle immer, wenn ich im Nahkampf bin, als in der dritten Doktrin. Und krieg immer eine Attacke mehr, auch im bestehenden Nahkampf. Und ja, ich hab die Thermis in Reserve. Was hab ich noch? Ja, Sekundärziele haben wir gewählt, ne? Das haben wir getan. Ich hab Raise the Banner. Das hast du auch. Ja. Ich hab Schock Tactics genommen. Und du hast, glaub ich, nur Prisoners genommen. Und psionische Befragung. Und ich weiß gar nicht mehr, was mein Drittes war. Raise the Banner. Schock Tactics. Und ich glaube, Outer Moment hab ich genommen, richtig. Ja. Dann dürfen wir mal, wer anfangen muss. Das machen wir. Und man hat zwei. Oh Gott, und man hat fünf. Ja, du darfst. Checker. Jeder von uns richtet ein CP. Ding, ding, ding. Check, check. Ja, dann kommen wir zurück nach der Bewegung. Tyranniden. Ja. Ich wär auch gern angefangen. Ja, das war's hier, ne? In der Bewegung. Ja. Du hast einen Fimaretta angemacht, natürlich. Bist hier rauf advanced. Hast hier für einen CP ausgegeben. Ähm, die Sporminen sind da. Hier ist so ein komischer Flieger gekommen. Weiß nicht, was er will. Die haben Banner gemacht. Die sind auch zur Seite gegangen. Die da hinten haben Banner gemacht. Ja, dann mach mal Sachen. Psi. Psi. Fällt aus aus Gründen. Jetzt sind die Black Templar dran, glaube ich. Ich bin noch nicht in Reichweite eines Charaktermodells, nehme ich mal an. 24 Zollig. Nee. Na, noch lange nicht. Gut. Ich habe... Soweit wird's auch nicht kommen hier. Der Hörbetrug macht einen Katalyst an. Was? Weil er's kann. Was ist das? Weil es ist rein. Läuft und das kriegt... So, entweder die oder die wahrscheinlich, ne? Die hab hier. Die hab hier. Die hab hier... Schämen sie sich grad nicht. Dann leg ich gleich mal eine Karte hin, wenn ich die finde. Ja. Alles klar. Ja, passt schon. Fünf was merken. Fünf Waredter. Ich lege hier irgendwas neben. Weiß ich nicht. Das war, glaube ich... Achso, ja genau. Wir kommen zum Spaß des Abends. Die Phase. Ja, genau. Diese Autrophen versuchen mit drei Würfeln einen Schmetterstark zu zaubern. Smite. Oh Gott. Die zählt mal nicht zusammen, hast du gesagt, ne? Nee, nee, nee. Aber doch, die kriegen... Die kriegen... Ich bin bei sieben. Ich bin jetzt bei sieben, weil ich plus drei kriege, weil wir drei Personen sind. Genau. D3 Movos, ja. Ähm, genau. Das geht auf die da. W3 plus drei. Aha. Sechs, bitteschön. Ja, mach ich mal Model Wounds hier Pheno Pain, weil ich ja ein Black Templar bin. Achja, du bist ja ein Black Templar. Oh, da hatte ich noch eine von. Dann sind zweieinhalb Modelle tot. Nehme ich mal so. Äh, ja. Uno. Das. Dann waren sie das wohl. Ja. Der Neurotrof versucht den Neuro-Parasiten zu zaubern. Widerlich. Was macht das? Äh, ich würfel. Genau, er ist es. Ähm, wenn das abgeht, würfel ich für jedes Modell der Einheit. Und wenn man Würfel-Wurf drüber, über den Widerstand ist, dann lädtest du viel. Verstehe. Das geht ab mit einer 7 plus 1 und 8. Ja. Drei Stück. Du hast wahrscheinlich wieder schon 4. Ja. Ich brauche 5. Eine. Ein natürlich für eine. Model Wound. Ja. Ja, Satu. Ja, schade. Schokolade. Total schade. Geschoss. Oder ne? Ja. Auch der Schwantyran versucht sein Glück. Ne, kann aber nicht. Ach, der kann sowas auch? Ja, der kann auch zaubern. Das ist ein Schwein. So ein. Der hat einen Nervenschock mit Aufzeichnung, was im Moment egal ist. Gut. Gut. Schießen. Ja. Okay. Wahrscheinlich gleich die Flat-5-Damage-Waffe, um mal zu zeigen, wo der Frosch die Locken hat hier. Ja, gegen einen Lebenspunkt 2-Charakter. Du hast ja sonst kein Ziel. Das stimmt wahrscheinlich. Ne, siehst du ja sonst nichts. Insofern. Ne, ich fang mit der Havi an. Ne, ich fang nicht mit der Havi an. Die kann ja vielleicht noch auf was anderes schießen. Ich fang mal mit den Tyraninkriegern an. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Fünf Stück. Fünf Stück. Fünf Stück. Vier haben einen Sauerstucker. Ja. Das ist jetzt minus eins zu Hit, weil die Guten im Wald stehen. Stärke. Ähm. Stärke. Fünf. Weil es wirklich witzig wäre, mach ich mal Transhumane an für ein CP. Okay. Das bringt mir eigentlich nichts, wenn wir stehen bleiben, aber egal. Einfach nur ums zu machen. Du kannst es. Ja, genau. Einfach so. Das ist wild. Das ist wild. So, ich guck noch mal. Ja, minus eins auf Treffen. Da noch vier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ups. Sechs. Jetzt auf die vier wegen Transhumane. Ja. Schluss. Vier mal. Aber wobei, was machst du an Schaden, bevor ich das hätte? Wenn du zweifelst, dann spart ich mir das. Ne, nein. Ja. Alle bis auf einen. Gibt einer einen Schaden. So. Und da ist eine Biotid-Kamera drin. Die schießt wie dreimal. Für ein? Einmal. Und trifft auf vier wahrscheinlich. Wirklich. Okay. Klack, klack. So, wer kommen wir jetzt? Dann die Gagonen können das nicht, denn sie machen eine Aktion. Ähm. Mach doch den Dicken. Ja, ich mach den. Der hat drei Schuss. Drei Schuss, genau. Merke ich mir das richtig? Ja, ist richtig. Hab ich schon abbekommen. Der trifft auf zwei minus eins. Ja. Auf die drei. Ja. Einen darfst du wiederholen? Yes. Oh Gott, oh Gott. Ja, guten Morgen. Leviathan. Stärke 10. Auf die zwei. Auf die vier nur. Richtig. Da war ja was. Alles klar. Ja. Einmal. Minus. Das wär gut so. Minus fünf. Minus fünf wird so minus vier. Mhm. Geht glaub ich durch. Ja. Ne. Okay. Ja. Okay. Ähm. Da ist noch einer. Achso. Und dann auf die vier. Stärke fünf. Auf die drei vier. Ja. Das ist richtig. Das ist richtig. Dreimal minus eins. Dreimal minus eins. Mhm. Ich lege es auf den. Der ignoriert nämlich. Wobei minus eins ist eh. Wird eh zum AP0. Dann weffle ich mal ab. Jupp. Jupp. Ähm. Der steht da. Okay. Das geht los mit ähm. Ich darf sie auf vier. Bist du so? Ja. Ui. Okay. Und ich bin Leviathan Mann. Das wollte ich mir noch mehr. Ja. Genau. Stärke super viel. Auf die zwei. Die zwei. Vier mal. Minus drei. Wirst du minus zwei. Mhm. Also vier. Bei den. Oh. Er ist das tot. Zwei da wird tot. Und einen noch. Mhm. Ja. Den steht da. Da lebt noch einer. Mhm. Ja. Alles klar. Dann ist es so. Psch 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 psch. Wir kommen. So mehr schießen hier ist glaube ich nicht. Ne. Die sind vor grad außer dem Bio. Ja genau. Deine Model Hund muss noch irgendwo hinschießen. Sporminen. Sporminen. Zwei. Drei. Vier. Sporminen. Watch out. Die haben jetzt gerade vier Sporminen geworfen. Wo die landen werden werden wir sehen. Ja. Hier liegen sie. Wollen wir natürlich jetzt den Weg zu machen. Das ist gut so. Drei Zoll Abstand muss ich von den halten und dann geht er los. Bei zwei ist hier eine tödliche Wohnung bei fünf und mehr wie drei. Alles klar. Gut. Das war mein erster Zwiebel. Das ist so. Gut. Äh. Ich guck mal ob ich einen Devopush mache. Aber ich muss noch eine Moral hier machen. Und da zwei besteh ich den. Entschuldige. Und der braucht keinen. Ja bis gleich. Ja ich hab hier noch einen Devopush gemacht. Hab jetzt quasi keinen CP mehr. Der hat die Moral bestanden. Ähm. Das war der Devopush. Jetzt kommen wir zu den Black Templern. Äh. Du hast zwei Banner gepflanzt. Mhm. Und schon ein paar Modelle getötet. Aber ein bisschen was passiert ja noch. Bis gleich. Ja. Ähm. Genau. Äh. Der macht die Aktion. Die sind nach vorne gerannt. Und die Schwertbrüder haben einen Chapter Master bekommen. Haben plus 1 Attacke bekommen. Und haben Mortal Wounds bei Wound Rolls to Six bekommen. Das hat der mit der Klaue ja eh schon nochmal. Deswegen wird's richtig lecker. Ähm. Die sind jetzt nah dran. Ähm. Haben Obsek bekommen. Äh. Der ist nach vorne gegangen. Die haben Banner gemacht. Banner gemacht. Äh. Die plus 2 auf Charge ist leider nicht rausgegangen. Deswegen spiel ich den Chaplain erstmal passiver. Und Psy-Phase fällt aus, weil ich Black Templar bin. Danke für das Gespräch. Äh. Die schießen auf die Harpia. Mhm. Wir haben 6 Schuss. Meldau. 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 Immer. Die einen sind wiederholen wir wegen Hellbrecht. Da sind natürlich 2 dabei. Jetzt wird anke. Minus 1 hier bist du ne? Ja. Okay. Ich hab nur 4 und 3. 2 sinds gerade nur. Ja ist so. 2 nur. Dann lebt auf jeden Fall noch. Ich hab mein... 5 war Ritter. 5 war Ritter. 2 mal D6. Go. Für... 11 Schaden. Dann hab ich nur 2 Lebenspunkte gewonnen. Ist ja gar kein Bruder. Uiuiuiui. Das war deutlich besser als gedacht. Dann muss ich jetzt tatsächlich hier nochmal volle Möhre reingehen. Tatsächlich gleich. Achso. Ah. Hier. Warte. Ich hab keine Lust dann. Ah. 5 Lebenspunkte noch. 5 Lebenspunkte. 12. Ich wollte den Flamer eigentlich auf die Gargoyles packen. Muss ich glaube ich trotzdem. Wobei wenn der natürlich weg wäre, wäre das richtig gut ey. Oh. Entscheidung. Entscheidung. Erstmal haben die hier Pistolen. Die schießen da rein. Mhm. 4 Stück. Treffen alle. Verwunden 3. Mhm. Mit minus 1. Das ist ein Happy Piss. Achso. Okay. Danke. Danke fürs Gespräch. Gern geschehen. Ähm. Der Sniper schießt. Mhm. Oh. Ist das ein Psyker? Nein. Das ist ein Psyker. Das ist ein Psyker. Der da? Ja. Dann schießen ich auf den Charakter. Mit meiner ähm. Ja mit meinem Relikt. Mhm. D3 Model Wounds. Automatisch. Ne. Das muss erstmal treffen. Und der hat nicht getroffen. Das ist richtig bitter. Ich hab nur 2 gebraucht. Lernen durch Schmerz. Ähm. Eine Granate. Eine Plasma Pistole. Nicht übercharged. Ähm. Und 2 Pistolen. Und ich glaub den Flamer muss ich da auch reinsetzen. Das ist ein Ja. Was haben denn die Gargels für eine Statline? Widerstand 3. 6er oder 5er Rüstungswurf. Ah die haben grad einen 5er Räder auch ne? Ja. Alle. Ja. Ah. Ich muss alles in den reinmachen. Plasma erstmal. Große. In den Kaffee rein. Super. Trifft auf jeden Fall schon mal. Und verwundet nicht. Granate. Nein. Äh. Zeitpistolen. Nein. Äh. Beastpower. Jo. Alle. Mhm. Minus 2. Dann 5er Rüstungswurf. Ne. 4 Räder. Ja. 4 Stück ne? Ja. 2 gehen durch. Ja. Hat er noch 3 Leben. Mhm. Die krieg ich hoffentlich im Nahkampf weg. Viscorator. Ne. 2 Leben hat er noch. Ja. Dir auch. Die haben Jumpback. Äh. 2 gehen durch ne? Und 5 hattest du noch ne? Ja. Okay. Alles klar. 3 Leben. Ja gut. Dann kommen wir schon in den Nahkampf. Charges. Äh. Die chargen hier rein. Mhm. Ja. Mit ner 9. Entweder. Ja. So dass du nicht heroisch untervenierst. Das mach ich gleich. Und die hier chargen hier rein. Die können fliegen. Ja. Die kann fliegen. Ja. 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 Nicht, dass ich ihn kaputt kriege. Kann der was im Nahkampf? Ja. Ne ne. Der hat ja vorher. Ne will ich nicht. Der kann nicht besonders. Ja. Die sind hier drin. Hier 3 Zoll weg. Hallo. So. Dann hatte ich hier drauf. Das du da nicht irgendwie rein konsolidierst. Also gebased. Ja. Ähm. Explodierende Sechsen mach ich an. Glaube ich. Weil ich die wirklich weg haben will. Ich könnte hier aber noch einen Reroll gebrauchen. Äh. Du kannst unterbrechen mit denen. Der kann nichts im Nahkampf, ne? Wenig. Okay. Warte mal 4. Attacken. Stärke 6. Ich treffe dich mit der Überlauf 5. Ne ist okay. Äh. Dann muss ich hier zuerst kämpfen. Ähm. Ich mach mal den Typen. Ähm. Die haben von Haus aus 3 Attacken. Mhm. Äh. 4 weil sie gechargt sind. 5 durch die Litanei. Mhm. Der Chef hat nämlich. Äh. Das sind alles Chefs by the way. Äh. Der hat eine Klaue. Und noch eine Klaue. Also der hat alleine jetzt 7 Attacken. Ist mir doch egal. Sind aber nur Klauen. Ähm. Mache ich Explodierende 6 und 1 oder nicht? Du hast einen 5er Retter mit denen, ne? Ja. Ich probier's mal. Das ist ein Lernspiel. Äh. Ich glaube ich. Im Turnier würde ich's glaube ich nicht machen. Weil ich hier noch einen Reroll brauche um den zu töten wahrscheinlich. Aber ich mach's jetzt trotzdem weil ich sehen will was aus den 4 rauskommt. Äh. Sechsen Explodieren. Chapter Master haben sie. Okay. Eine 6 dabei die explodiert. Mhm. Ähm. Das ist jetzt nur der eine, ne? Dann auf die 5. Das sind Klauen. Darf also wiederholen. Mhm. Okay. Ähm. Sehr gut. Ähm. Das sind, ne die 4 schon mal nicht. Ich denke 4. Ja der hat nur der Hellwrench. Aber ähm. Das ist eine Mortal Wound wegen Bones of Mordred und eine Mortal Wound wegen der Litanei. Das heißt da hast du schon mal 2 Mortal Wounds und dann müsstest du noch 5 Saves mit Minus 3 gerade machen. 5 mal Rettungswurst. Ja. Ich hab' ich 2, 5. Ich hab' ich 2, 5. Hier war jetzt ein Schaden, 3 Schaden. Ein Schaden. Ein Schaden. Ein Schaden. 3, 4, 5 Schaden. 3, 4, 5 Schaden. 5 und 2 Models. Ich hab' ich schon dabei. Okay. Genau. 2 und 3 sind durchgegangen. 3 sind durchgegangen. Ich hab' 2 gel... Also 2 Mortal Wounds von Anfang an. Und dann hab' ich 5 gemacht. Ah ok. Verstehe. Ja ok. Also insgesamt 5 Saves. Ok gut. Ähm. Hab' ich einen vergessen? 7 Attacken. Jetzt kommen die Power Schwerter. 3 Attacken. 4 für den Charge. 5 für die Litanei. Das sind 2 Power Schwerter. Ja. Treffen auf 3 und wiederholen alles. 6 und explodieren. Mhm. Ja ist gut. 1, 2, 3, 4 Sechsen. Mhm. Das hätte ich eben bei den anderen gebraucht. Und Sechsen jetzt sind Mortal Wounds. Hier kann ich aber keine Wunden verloren. Stärke 4 immer noch? Die haben Stärke 5, weil die Power Schwerter sind. Also 4. Keine einzige 6. Schade. Aber... Ein paar andere. Ja. So. Stärke 5. Ja genau. Das sind nochmal... 7 Stück. Mit minus 4. So. Drei Stück gehen noch durch. Ja das geht. Acht Lebenspunkte insgesamt. Ja. Oder kommt noch was? Da kommt noch was. Achso. So. Und da ist noch ein Kettenschwert, das macht nicht so viel. Alles wiederholen. Mhm. Jetzt wieder 2 Sechsen dabei. Hm. 5 wahrscheinlich. Ja. Ja. Das sind aber auf jeden Fall nochmal 2 Mortal Wounds. Ja. Und 4 Saves mit minus 2. Fünfen. Okay. Wäre so safe, ne? Warte. Nochmal einer. Genau. Und nochmal 2 Model Wounds. Okay. Hm. Dann sind wir bei 13. Ja okay. Steht noch einer, glaube ich, ne? Und die 4 Leben haben die? Die haben, oder? Die haben, oder? Drei Leben haben die. Okay. Ja. Steht noch einer. Ja. 4, 5, 1, 2. Ähm. Warte mal. Warte mal. Ja. Aua. Ja. Schwer begehört. Es hat 1, 2 Model Wounds mehr gebraucht. Ja. Ich glaube unterbrechen wir es hier nicht, ne? Nein, das höre ich nicht. Dann der, ähm. Chef. Mit dem Eviscorator. Ich glaube der jetzt stecke 7. Ich muss gleich mal nachgucken was er hat. Äh. Minus 1 steht es nur im Fernkampf, ne? Warte. Ja. Eigentlich meistens bei Hard to Hit. Schwer zu treffen im Fernkampf. Ja. Okay. Dann treffen die 3 auch. Und das müssten Tefnis 7 oder 8. Treffen? Ja. Was du Tefnis? Ähm. 7. Dann ist die 4 glaube ich auch. Ich guck das mal eben nach. Ja. Ähm. Das ist Stärke 7. Minus 4. 2 Flat. Also minus 5 jetzt gerade sogar. 2 Stück. 4 Reaktionsur. Ja. 2 Stück. Ja. Dann habe ich nur 1 Lebenspunkt. Ja. So. Und dann kommt der Rest. Das war jetzt nur der Sergeant. Ja. Also Kleinvieh macht auch Mist. Dann habe ich jetzt noch. Okay. Ähm. 2, 3 für den Charge. Eine fürs Kettenschwert. Noch eine fürs Kettenschwert. Und der andere hat noch irgendeine andere Waffe, die ich gleich mal aussuchen muss. 3. Genau. Dann lassen wir jetzt erstmal die Kettenschwerter. 1 Leben oder noch? Ja. Das sind schon mal Trevor. Mhm. 5 brauche ich aber, ne? Ich stecke 4. Das sind 3. Mit minus 2 gerade. Mhm. 4 Rettungsruf. Einer. Tot. Ja. Stürze ich ab. Einer hätte noch kämpfen können. Kann er abschützen? Ja. 6. Nein. Scheiße. Du kriegst W3-tütliche. Äh. Du aber auch. Ähm. Wenn ich dieses Modell zerschippe, wirf einen W6-Befond aus dem Spiel entfernt. Bei 6 Plus erleidet die nächste feindliche Einheit innerhalb von 6 Zoll W3-tütliche Fond. Toll. Keine eigenen. Toll. W3. 3 natürlich. Model Wounds. Eine. Fino Pain, Digga. Das lege ich mir auf den Onkel bei dem dreckigen Tabard. Ach ja, ich habe immer noch Karte Lust, aber das ist egal. Ja, dann mach das doch nochmal. Ne, 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 ich weiß nicht wie viele das jetzt waren. So drei Stück, so bitteschön, dankeschön. So tot. Okay. Ich gebe dir mal die Base. Ich danke dir. Merci. Den Totenkopf habe ich bei meinem Harry dann auch drauf geklebt. Ja, ich mache ja mal so ein bisschen Move-Blogging. Mach das mal. Ja, da bist du ja trotzdem drauf auf dem Objective. Hier darfst du noch kämpfen, glaube ich. Ach ja. Mit einem Sch... Türen mitgegangen. Wie findest du die Schwertbrüder? Alle finden die scheiße, aber ich finde für vier Modelle. Du hast gerade eine ordentliche Einheit ausgestellt. Gut, ich habe da aber auch alles drauf gehauen. Chapter Master hier und da und Shishi. Lief auf jeden Fall. Ich habe drei Attacken. Aber 100 Punkte kostet mich die Einheit. 100? Ja. Das ist ganz schön wenig. Okay, zwei Treffer. Stärke... Auf die drei wahrscheinlich. Ja, Stärke sieben. Ja, auf die drei. Einmal... Minus... Zwei. Wird zu minus eins. Also eine vier. Ja, halte ich. Okay. Das ist ein Synapse hier. Das heißt, es besteht dein Moralwert automatisch. Ja. Dann war das meins. Dass der natürlich nichts gemacht hat, ist sehr schade. Ja. Ähm... Ich push dich back. Ich habe zwei Banner gemacht. Was habe ich noch gewählt? Oath, ja, ich bin in der Mitte. Genau. Und habe bis jetzt noch keinen... Hier habe ich die Moral bestanden eben, ne? Genau, Moral bestanden. Habe mich nicht zurückfallen lassen. Dann kriege ich für Oath jetzt gerade... Und ich habe einen Monster getötet. Kriege ich für Oath tatsächlich vier Punkte. Ne, warte mal. Ein Mitte. Nicht zurückfallen. Das ist das. Ja, vier. Oder drei. Muss ich gleich mal gucken. Ähm... Habe dich zurückgepusht und habe Banner geraced. Und jetzt würdest du dran sein und erstmal acht Punkte scoren. Und zwei Banner. Mhm. Ja, und dann... Was machst du jetzt an hier? Ja, ich nehme mal die, ähm... Die Psi-Verstärkung des Neurotrophen. Das heißt, ich kriege plus eins auf Psi-Test, plus eins auf Band-Test, was egal ist. Und wenn ein Modell, eine Einheit, einen Lebenspunkt durch eine tödliche Verordnung verlieren würde, verliere ich den bei fünf plus nicht. Okay. Wir kriegen beide einen CP. Mhm. Ich bin bei fünf. Und dann... Ja. Bewege ich mich. Alles klar, bis gleich. Nein. Da ist ein Charaktermodell dabei. Äh... Da ist ein Charaktermodell dabei. Genau. Warum Charaktermodelle? Achso, wegen... Ja, okay. Kurz nochmal summariert. Also, ich habe einmal schon Zymon ausgegeben. Mhm. Äh... Minus-Eins-Tit waren die eh schon. Äh... Ich habe Opsack ausgegeben und explodierende Sechsen. Das heißt, ähm... Ich war bei null CP. Hab jetzt einen. Du hast bis jetzt nur einen Re-Roll genommen und bist bei fünf CP jetzt, ne? Ich bei einem, du bei fünf. Ich hab zwei Banner geraced. Du hast zwei Banner geraced. Ich hab Shot-Tactics gemacht. Äh... Und hab für Aus-of-Moment drei Punkte bekommen. Mehr gibt's dafür mittlerweile nicht mehr. Und das kostet jetzt acht. Und ja. Ist... Dann... Genau. Machen wir weiter. Äh, ich muss einmal kurz korrigieren. Sorry, wir haben jetzt auch nochmal einen Warrior, äh, mehr hingestellt. Weil... Ich hab ja noch Devu-Push gemacht. Das heißt, ich hatte gar keinen CP mehr für explodierende Sechsen gehabt. Äh... Darfst du auch einen Re-Rollen? Für... Dings? Jaja, für Leviathaner. Okay. Dann kann ich dir auch nicht helfen, ey. Gott. Mach doch mal, ey. Wack. Super-wack. Darum spielen wir jetzt auf Kraken, hab ich gehört. Sorry, die Low von denen. Rollen die nicht ein, so wegen dem Schwarmlauter nehmen? Ne, das hab ich ja woanders hingegeben. Achso. Achso, das hat er keine Aura? Achso. Eine Aura hat er nicht. Der muss jetzt mal erklären und verteilen. Superleben. So, hier drüben landeten für, äh, sechs Spuren. Ja, du machst jetzt erstmal, tackerst dich zu. Ich glaube, deine Banner werde ich dir nicht nehmen können in dem Spiel. Das wird so sein. Aber gut, irgendwas ist immer, ne? Irgendwas ist ja immer, ja. Genau, das war der Start meiner Bewegungsphase jetzt. Ja, wir kommen gleich weiter. Jo! Äh, psionische Phase. Die haben die Re-Rolls bekommen. Und dann mach mal hier, äh, Sachen. So, ich guck mal wieder nur zu. Das ist Maury. Ich hab einen CP, den brauch ich leider auch. Ja. Die, so und rufen, versuchen ihren, äh, Schmetterschlag auf die nächste Minute. Yes, ja. Und die kriegen plus drei und dürfen drei Würfe und einen ablegen, weil der Neugutruf das ihnen erlaubt hat. Ja. Ja. Das ist ganz gut. Und ich bin bei 13. Ja. W6 plus drei. Fünf. Die haben zwei Lebenspunkte pro Mase, ne? Ja, einer hat noch einen. Also es werden, also ich hab ja noch ein Phenopain, aber wenn ich keinen schaffe, wären genau drei tot, ja. Ich hab so viele Befehlspunkte, ich wiederhol das nochmal. Kann man den Damage? Ah, Damage Re-Roll. Das geht, glaub ich, nicht mehr. Ja, genau. 1000 Suns könnte ich irgendwie mit, äh, mit irgendeinem Sonderdalt. Ja, ich schaff einen, aber sind trotzdem zwei tot. Also ich hätte zwei schaffen müssen damit. Ja, der ist tot. Mhm. Neun. Und da, jetzt mal gucken, wenn ich den wegnehme, was dann das nächste Modell ist. Ja, okay. Zwei sind tot. Mhm. Und eine Wunde wandert dann natürlich schon. Ja, ne? So, zack. So, jetzt die Frage, ob ich in 24 Zoll... Yes. Ja, mit ihm hier auf jeden Fall. Ne, ne. Achso, ja, aber der... Moment, das ist dann, ähm, die Aktion in der Psy-Phase ist dann beendet, oder? Ja, genau. Ist sofort beendet, bitte. Gut, dann versuch. Aber ich kann halt bannen. Hm. Und mit einer 4 Plus? Äh, ne, erstmal mit Grimaldus, ganz normal. Und dann habe ich einen Schradder-Game, das kann ich sogar nach dem versagten Bannen noch benutzen auf eine 4 Plus. Werde ich aber, ich kann es dir jetzt sagen, ich werde es nicht machen, weil ich den CP für was anderes brauche. Super, sweet. Also ich werde es nicht machen. Gut. Dann versucht mein Schwarmtyrant ihn zu befassen. Ja, klar. Los geht's. Ich glaube, ich brauche einen anderen. Was brauche ich? Eine 4 brauchst du. Eine 7. Kriegst du plus 1 durch irgendwas? Nein. Okay, dann bann ich mal mit Grimaldus. Finden Imperator! Oh, nacht! Befragung nein. Befragung nein. Oh Gott, ich bin so ein Tröte. Was denn? Die hätten sich da hinbewegen sollen. Ja, mach das doch. Das tut mir leid. Willst du reinfahren? Wahrscheinlich. Die kommen alle auch in 3 Zoll. Ja, okay. Dann willst du direkt explodieren? 5, 6. Jaja. 6 Würfel. Jije. Musst du einzeln? Ah, die kannst du alle auf einmal. Ich glaube, ne? Ja. Es geht auch, wenn ich im Nahkampf bin wahrscheinlich, ne? Es ist egal, wenn ich in 3 Zoll um mich rum bin, dann geht es los. Was? Was hast du da jetzt? Na ja, 1 gar nichts? 1, 2, ne bei 1 nichts. 3, 4 tödliche Führung und Tricks. Was jetzt auch nicht so dass... Bei einer 5 wären es W3 oder so, oder? Jaja, genau. Warte, weil ich guck mal eine ganz kurz mal. Oh, ich hab meine vom Imperator gesegneten Würfel in der Hand. Ja, jeweils alle. Oh Gott, oh Gott! 5 war... Gar keiner. Gar keiner. 2 Modelle tot. Die haben nämlich nur 2 Lebenspunkte. Dann gibt man ein Kettenschwert, was kein Kettenschwert ist. Und dann... Der will auch wahrscheinlich rein. Ja, ja, ja. Ja, dann mach das mal. Denn der bleibt dann kaum... Der ist denn der hässlichere von den beiden? Ist egal, ich nur den. Also die sind noch im Nahkampf hier, ne? Der kommt auch ran. Und was... Wie platzt er? D3. Er platzt mit W3 tödlichen Führung. Oh, eine, komm mal ran. 5 auf 4 auf 1! Da hab ich die 5 liegen sehen. Das war Schande. Schande. Ja, eine Mordwohnheit er genommen, ne? Mhm. Ja, alles klar. Okay. Dann war das... Achso, der Neubetruf... Es ist okay. Ja, genau, der Neubetruf noch. Ja, genau, der Neubetruf noch. Er hat gefragt, er kann noch zaubern. Ja, er sucht einen Katalyst zu zaubern. Was sehen Sie das? Was sehen Sie das? Das war die Psy-Phase? I. I. Und die Bewegungshause. Und die Bewegungshause. Der Rest der Bewegungshause. Danke nochmal. Ja, gerne. Ähm... Ja, Beschiss. Ja, wir beschissen uns. Ja, wir beschissen uns. Nein, also machen wir natürlich nicht. Aber... Die... Ich beginne mal da drüben mit den... Ja, hier einfach in die Kriegerei wahrscheinlich. 1, 2, 3, 4, 5. Ich nehme zuerst die... Äh... Sch... Gagäulen. Ja. So, und zwar sind das immer noch 10. Da hast du, glaube ich, keinen von verwundet. Ne, habe ich nicht, weil ich musste ja alles in den anderen Auto reinhauen. So sieht das aus. 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Mit Bohrkipperschleidern, ich treffe dich, wenn ich keinen Malus kriege auf die... Ich kriegst keinen Malus, genau. Dann auf die 4. Also hier kleine bisschen, bitte... Quattro de Formaggio. Oh ja, das ist okay. Da eskalierter direkt. Und ich bin Leviathan, bitteschön. Das hätten eben die Model Wounds haben müssen. Du sagst es. 2, 4, 7 Mal treffe ich dich. Ich glaube, ich stecke 5. Versuche ich auch try. Okay. 6 Mal. Äh... Minus? 1. Ja, dann... Einer geht durch. Weil... Minus 1 wird zumindest keins. Aber der war ja schon angesitscht. Von Le Motel Wounds. Ja, dann next. Dann sind die Thüringkrieger dran. Ja, der da im Gelände nervt mich. Aber dann... Der kann noch eine Aktion machen vielleicht, ne? Der kann noch eine Aktion machen vielleicht, ne? Der kann noch eine Aktion machen. Ja. Aber das können... Ja... Dann muss ich... Wobei, ne, ich glaube ich muss 6 Zeug hier von weg sein. Müssen wir gleich mal lesen. Ja, ja, ja. Das schafft er nicht, weil er im Wald ist. Ja, 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 ja. Gut, die treffe ich aber schlecht. So, die gehen aber gleich in den Nahkampf. Das schießt auch auf ihn, mein Gott. Ja, mal doch. Ähm, ich fange mal mit der schweren Waffe an. Das sind W3 Schuss. Zwei Schuss. Jupp. Das ist die kleinere Truppe. Na ja. Erst wenn das ein zählt, weil er im Wald ist. Ja, dann auf die 4. Leviathan. Ein Trevor. Leviathan. Okay. Ein Treffer. Stecker. Kragen, ne? Ja, Kragen. Ne, 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 ne. Ne, gar nichts. Okay, und dann 4 mit Säurespucken. 1. Das sind die Warrior der Lust mit Peitschen. Von Slamesh wahrscheinlich geliehen. Was hast du jetzt gesagt? Ich treffe die auf die 4. Klonke, Klonke, Klonke. Und hab Stärke 5. Genau, den Rerun hast du schon benutzt. Das sind die 5. Minus. 1. Minus 1. Also bist du immer noch bei 2. Ne, im 3. Ja, minus 2, entschuldigen bitte. Dann muss ich eine 4 würfeln. Ja. Kann ich auch? Kann ich immer noch? Das ist ganz gut. Und? Wie viele Schaden? Einen. Ja gut, ich würde anschauen. Ist er noch voll. Er lebt da noch. Ein Männlein steht im Wald. Ja. Ganz still. Und stopp. Das ist der Infiltrator. Nichts haut ihn um. Rhyme-Kette. Rhyme-Kette. Okay. Ähm. Ähm. Die Bioren. Das ist so. Das ist so mit die Bioren. Das ist so. Sicher das? Gott. Du bist schon jung, oder? Nee. Nee. Das ist doch nicht so. In Harburg fängt der Balkan an. Oder wie heißt das mal? So ein Hamburger Sprichwort. So oder so ähnlich auf jeden Fall. Wo ist Köln? Zum Glück sind wir hier in Stelling, ey. Oder so ähnlich. Irgendwo zwischendrin, ja. Irgendwo da. Ja. Die. Ja. Und jetzt? Ja. Kann die in den Nachkampf schießen, oder so? Die Warrior? Nee, ne? Nee. Ah, genau. Er muss nur schießen, aber er kann nicht auf ihn schießen, aber ich kann auf die schießen. Richtig? Geht wahrscheinlich die, würde ich behaupten. Weil ich da einen wegen dem Charakterschutz so hinstellen musste. Ja, ja, ja. Aber will er das? Das ist die Frage, ne? Mit seinem Dreischuss. Den sieht er nicht. Hier ist eine Wand zwischen. Nee, die hab ich gedacht. Nee, die sind unten, also die ist die unten. Ach so. Ja, gut. So, es geht. Drei Stück, ich treffe dich auf die. Zwo. Da krieg ich keinen Minus. Ja. Das geht's. Ein wiederholst du? Oh, hat mir klar. Da ist ja auch eins. Das, sag mal. Minus? Wird zu minus vier, ich stehe hier in Deckung, weil die, also wird zumindest drei, ich habe noch nur 6. Das hat von, ne. Da ist die 6, einer stirbt dann wohl. Ja, das hat noch verschließen. die wir wollen jetzt ja gut aber ist ja eh dann nehme ich den weg alles klar ok gut dann die bewohren wollen wir mal uns schmeißen oder was ist los nee das wollen sie nicht die wollen 3w3 ach die schlägen das wird glaube ich verschwer weil da noch welche sind da ist sechs und dann muss mal gucken was da ja kommst du auf jeden fall vorbei das ist so das ist so der dicke wahrscheinlich hier rein ja ja warte mal du kannst du auf jeden fall der fährt 12 keine halben sachen keine ich weiß nicht ob er den tötet das war okay aber ist jetzt nicht so der monster killer ja dann versucht der schwarze land dass das ganz knapp ganz ganz ich muss jetzt muss mir nicht was ich auch sagen muss mir jetzt nichts schenken das soll ja jetzt versuchen die auch noch anzugreifen das ist interessant das ist immer noch interessant dass wir wieder ich sag mal wahrscheinlich hast du die zuerst ich habe gerade eine elf geworfen aber die hast du zuerst und dann ich habe jetzt gerade eine elf gewürfelt das finde ich ganz gut ich danke dir trotzdem ach ja jetzt sehe ich den intent hier einmal zu bauen park die garage dicht hier hinten genau die die haben einen geilen flamen ach so also die haben sich ja wirklich eine stärke fünf flamen soll ich einfach mal oder bestmöglich so weit es geht es mir oder ja genau du hast nicht ernsthaft die arme organisiert krasser typ was auch ist so dass zwei noch auf dem objekte stehen wahrscheinlich um sicher zu gehen dass wenn die geben sollten dass der noch gehalten ist gut dass du für mich mitdenkst ja gut ich kann für einzig unterbrechen dann kann ich nicht ich habe ein aber es reicht nicht jetzt wünsche ich mir gerade meinen minisch und human herbei aber es winkt nur aus der ferne ja es sinkt nur aus dem kodex aber reicht leider nicht die entfernung ich war mal ich muss einmal überlegen aber ein monströses raum schweckt so und ein das heißt ich darf trefferwürfe von einziger holen und kennen sie die tentakelfeuille ach so wie viel ist denn das lohnt sich das war ein eindruck ist die weg aber wir haben zwei leben drei stück mit zumindest drei ich habe noch sechs jr zwei schaden wasser bin ich mal tot so die haben punkt wieder eingeholt ich so naja das wird jetzt mit dem zumindest die könntest du noch aktivieren wenn du willst aber willst du glaube ich nicht weil die ganz gut stehen ja genau weil wir den auch mobilisiert ja gott aber nicht besonders stark krank krank mann super krank ja okay dann willst du unterbrechen nein ich kann nicht die werden jetzt ausgepeitscht so machen sie nicht okay das sind 12345 stück die haben jeweils drei attacken 1 aber nur drei haben eine peitsche oder nur drei haben eine peitsche und ja genau alles klar da muss ich genau dann machen wir haben alle eine peitsche eigentlich schon ja dann mach also die ist punkte punkte mehr sie machen ja dann treffe ich dich auf die drei und ich wiederhole ein und ich habe stärke abhebte minus 2 wird zumindest also nicht geschahen was so 22 flat erster tod wie viel noch dann 66 halte ich? Minus 2, ne? Minus 2. Okay, willst du Minus 1? Hier brauchen wir eine 4? Nein. Nein! Warte. Ich brauche mein CP eigentlich für was anderes. Das ist doch Quatsch, der macht eh nichts. Willst du konsolidieren, 3 Zoll? Das will ich wohl. Du musst aber nicht in den Nahkampf, sonst kann ich nochmal kämpfen. Einer bleibt drauf stehen, für die Sicherheit, den Marker zu halten. Falls im Worst Case, warum auch immer, alle Gargoulen fliehen sollten. Gut. Ist so, ne? Guck ich nur böse, mach ich nichts. Hast ein paar No Prisoners gemacht, das zählen wir mal zusammen. Ich würde demnächst auch 8 scoren, aber dazu kommen wir gleich. Wir zählen erst einmal, was die... Was hast du denn hier gemacht? Du hast keine Bombe gelegt. Doch. Ne, das kannst du da nicht. Ah, genau, immer noch nicht. Da musst du hier hin. Ist die Frage, ob die sich dann in dem Fall bewegen wollten, oder willst du da screenen gegen Terminatorien? Ich würde da bleiben. Okay. Also keine Bombe für die Tyranien gerade. Du hast nur Prisoners gemacht, und zwar hast du hier 4 getötet, und hier 5. Und das war's schon, ne? Bis gleich. Ja, also der ist ganz leicht hier noch auf der Ruine, aber in 3 Zoll hier, dass ich zur Not, falls hier irgendwas passiert, einen Devu-Push machen kann. Oh, ich kann eigentlich so stehen bleiben. Ähm, ich habe für 2 CP das Plus 2 auf Charges gecastet. Automatisch. Und wollte dann noch die Latentia of Hate anmachen. Hat leider nicht geklappt. Ähm, hab dann, hab die 2 gewürfelt. Hab hier nochmal, ähm, den Chapter Master drauf, hab plus eine Attacke drauf, und, ähm, Mortal Wounds beim 6. Ähm, der ist hier hin-advance mit einer 4. Und die Termin ist noch gekommen, ne? 9 Zoll Charge zu denen und zu denen. Also eine 7 mit Reroll kann man das mal machen. Und dann kommen wir jetzt zum Beschuss. Und, ähm, ich würde hier eine Granate erstmal werfen, in deine Wachen rein. Jupp. Äh, Stärke 6 hat die. Ne, dann reicht... Wieder schon 6 haben die? Wieder schon 6 haben die. Ja, dann reicht das nicht. Dann kommen jetzt Melter. Oder erstmal Hellbrecht, weil der sieht weniger. Hellbrecht mit seinem Melter, der schießt auch nur den Melter. Jetzt kommen die Melter. Schießen auch nur die Melter. Haben auch nur Melter. Eins wiederholen wir für Hellbrecht. Alles klar. Und rein. Auf die Wachen natürlich. Ja, ja. Alles klar. Äh, 4 Stück. Mit Minus super 4. Minus 4, ja. Ja, dann habe ich nur 6 haben. Haben die 2 Hose? 2 ist frech. Ah, 3 Stückchen. Ja. Die 6 plus 2, ne? Erster für... Du brauchst 2, ne? Ja. 4 plus 2. 1 ist tot. Ja. 3? Dann lebt... Plus 2? Ja, dann lebt eine noch. Wieviel sind durch 3, ne? Ja. Ja, 3. Ja, 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 ja. Ja, war 3. Ja, okay. Das ist auch tot. Ja, 2 Stück. Ja, das ist nicht so geil. Okay, 2 Stück und 2 Stücken. Ja, ja, ja. Ich weiß, das ist wahrscheinlich egal, ob du da ran vorbeikommst. Ja, das ist egal. Irgendwie komme ich da rein, ja. Das ist die Frage. Ja, aber noch was zum Schießen. Wahrscheinlich schon. Ja, dann schießt man einen Bolter nämlich. Von ihm. Da würde ich, glaube ich, mal tatsächlich die hier wegräumen. 2-1 wieder, ey. Auf die 3. 2 Stück. Ja, 2 mal. Bolter hat minus... Der hat minus 1, um mich da. Jetzt, glaube ich, gerade sogar minus 2. Dann schießt man eine Model-Wuhn-Kanone hier auf den Charakter da hinten. Auf eine 2. Wieder eine 1? Das gibt's doch nicht. Mein Relikt. Ich brauch eine 2, um D3-Mortal-Wunds auf den Charakter zu machen. Die hätte schon tot sein können. Naja, ist so. Feel the pain. Feel the pain, genau. Nicht feel no pain, sondern feel the pain. Feel the pain. So, okay, dann müssen wir aber chargen hier, ne. Ist so. Ist so, ey. Ist so. Erstmal die Thermis, ne. So, nicht die sind 7, brauche ich. Also. Reroll für Black Templar. Das ist eine 6. Das reicht nicht. Äh, 7 sollte das sein. Das ist klicken. Das ist dann. Und die auch hinten dran. Ja, ja, mach ich's gleich. Äh, Hellbrecht möchte gerne auch noch mit rein, aber nur in die Wache. Vielleicht auch plus 2. Der schafft aber leider, äh, kommt leider nicht dran vorbei. Ja, okay. Okay. Ja, und dann, äh... Die Wache? Ja, genau. Klassiker. Darum hat man sie. Eben. Äh, ich stell mal kurz auf. Ja, dann werde ich wahrscheinlich auch mit den, äh... Was haut die Wache so raus? Kann die Hellbrecht töten? Ich glaube nicht. Ich spiele dir das erst mal rein. Okay. Also sonst würde ich natürlich erst mit den Vengards anfangen. Ich fange auch erst mal. Ja, 3 Attacken, ähm, aber... Flat, wie viel Damage? 2. Ne, dann kannst du ihn nicht. Dann kannst du ihn nicht. Okay. Weil er hat 8 Leben. Ah. Äh, ne, dann fange ich mit den Vengards an und versuche, die 3 Stück können in die Warrior schlagen, die anderen müssen in den Boss schlagen. Mhm. Dann schlägt der Hammer und die anderen beiden in die Warrior. Mhm. Der Hammer zuerst ist der Chef, äh, der hat 3 Attacken Base, 4 im Charge, 1 für die Litanei, volle Re-Rolls, trifft auf 4 im Moment, wegen Minus 1, wegen dem Hammer, alle Re-Rolls. Mhm. Jippa. Ähm, und jetzt brauche ich... Bitte schon, 5. 3. Ne, ich hab jetzt... Ja doch, ich hab Stärke 9. Äh, 2 Mal, keine 6 dabei. Minus eine Menge. Minus, ne, äh, Minus 3 hat er nur getragen. Gehen die durch. Die haben wieder Lust und so auf 4. Echt? Äh, dann, ich glaube, 3 Flat sogar, macht der Hammer. Wow. Dann haben die nur einen 4er? Die haben nur einen 4er. In der letzten Edition 3. Ja, da hätte ich vielleicht anders, äh... Achso. Aufteilen sollen, aber... Ne, 3 Flat Damage. Ja, auf die 4 Plus würde ich gerne... Wenn's okay... Äh, ist egal, ne. Komm, ich hab's angesagt, das ist doch... Das ist krutsch. Äh, dann der Schwarmlord. Das mach ich jetzt mal alles mit ner... Wobei, wie viel Tafnus hat er? 7. Ne, 8. Der hat 8. Ja, dann nehm ich voll die Klauen. Das heißt, ähm, das Pauschwert nehm ich erst gar nicht. Der hat 2 Attacken, 3 in Charge, für die Litanei, äh, und... Ne, Gott. Für die Litanei, ne, Charge, Litanei und Klaue, ja. Und der andere auch. Und die, ja, die anderen beiden gehen leider verfallen. Ähm, treffen oft rein, weil... Alles wiederholen lässt man. So, und jetzt, äh, verwunde ich dich auf, äh... Ich hab im Moment starke 5, weil Hellbrecht drumherum steht mit den Klauen. Also verwunde ich dich auf 5, ich wiederhole die Wunden, weil's Klauen sind. Und 6 sind Mortal Wounds hier, wegen der Litanei. Schon mal, ne? Okay. Das sind auf jeden Fall 3 Mortal Wounds schon mal. Und du musst nochmal 6 Saves machen, weil die sind in Edition. Die haben 4 der Rettungsur. Weil die, die, der große, ne? Ja, ja, der hat grundsätzlichen 4. Alles klar. Man, wie viel? Minus? Äh, minus 3 gerade. Achso, ja, dann 4 oder 6. Dritte Doktriken, genau. Einer geht durch. Ja, einer und 3 Molde lohnt, also 4 Schaden. Jetzt unterbrichst du mich wahrscheinlich? Ja, warte kurz. Ich hab noch 8 Lebenspunkte. 12 hat der? Krass. Okay. Achso, der hat noch nicht, ne? Der hat noch nicht. Alles klar. Ich gebe 12 Befehlspunkte. Und unterwegs. Ja, muss so. Äh, 5 Attacken? Ja, das ist so. Achso. Mit der Tentakelpeitsche. So, warte, 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 warte. Die Tentakelpeitsche des Todes. Ich geb noch ein, ne Geschäftsüttchen aus. krass dass die worin und ich habe echt dass sie ein 3er rüster haben ich gebe unschillbaren hunger aus setze diese gefächtigung in der nahkampfphase ein wenn ein schwamm tentakel monster zum kämpfen gewählt wird zum ende der phase darf ich den verwundungswurf wieder dass dann habe ich jetzt keine befehls und ich treffe auf die fünf und trefft die auf die zwei ein rüber ist zu überlegen stärke ich lache laut mit ihr ziehen dann auf die ich habe sechs jetzt gerade genau weil er plus ein stück mit minus vier er geht auf dem redder gehen drei durch neun ich krieg drei schaden ist doch sein relikt ich setze deine damage charakteristik auf auf 1 erzählt am anfang ja ich erinnere mich und da habe ich ein sechster fenopel sogar noch gegen mache ich aber nicht also drei schaden also selbst wenn magnus mit sechs mit der mitsch kommt steht er dann sagt du machst ein schaden ja kostet mich aber auch drei cp dann ja ich schlag ich schlag mal mit dem als nächstes der hat ich glaube von haus aus nur vier attacken fünf im chart sechs zusammen eine wallet trade trifft auf zweien wiederholt leider gerade nicht die einsen und hat stärke ich muss gucken ich brauche trotzdem fünf alle vieren weil hellbricht auch noch plus einen stärke gibt also trotzdem nur zwei mit jetzt minus zwei ich kann also vier er überlebt dann kommt hellbricht acht attacken auf den auf das auf den typen drauf auf zweien ja alles auf die sache ja klar stärke acht oder stärke sieben oder ich weiß nicht das sind ja sechs mal minus vier sechs mal minus oder ich komme ob das minus vier oder zwei ja ich bin ja immer in der dritten doktrin gerade jetzt gerade minus vier dann habe ich ein sechster einmal fünf stück gehen durch 15 ich konsolidieren nicht in den schwarm dort rein ja das lief doch ganz gut und ich halte das objekte von macht push them back weil ich mehr und an die topsteck hat er nicht ich habe übrigens katalys vergessen jetzt ja noch das macht habe ich alle lebenspunkte verloren in dieser runde doch alles dann kann ich auch mal 1 2 3 4 5 6 7 8 stück mann zwei vier sechs sieben acht es war noch sechs so ein bracket wahrscheinlich kann man machen ich glaube ich der hat kein objekt doch 5 erzählt nur als wenn man bei hand ist aber hat kein objekt noch doch das ist das ist ein monatrad dass er aufsatz hat fremdartige schleue dieser kriegser hat die fähigkeit missionstil das wusste ich nicht dann hat er leider tatsächlich groß wird zwölf ich habe kein objekt auf ich hatte kein cp mehr verabschied und ich mache kein push them back das ist so auf jeden fall aber ich mache trotzdem zwei banner auf jeden fall ich schock taktisch mache ich damit dann auch nicht mir ist mir also du negiert mir vier siegpunkte und skorst vier mehr aber auch moment mache ich ganz viel waren die schwarm wachen monster dann kriege ich nur zwei punkte für aus leider du hast aber keine cp mehr zu ihr kann das kostet so scheiße es wird das gerne bedrückt ja das kostet auf jeden fall 12 und zwei banner und dann kommen wir zurück nach touraniden bewegung die sporen rücken vor und rasen in die thermis rein und das kannst das ist ein zwei drei vier fünf und noch mal wie drei oder fünf sechs ja ich muss viele pens noch keiner so drei ein thermik tot stopp zwei ja dann nehme ich den hinten ja alles klar bewegen sich die kinder ganz nicht so ja hätte ich vorrücken müssen ist egal habe ich jetzt gemacht wieso sonst hätten die noch schließen können aber die können auch so schließen dass sie nämlich was noch machen muss nie sind schnell für waffen thermaganten kann die thermis wahrscheinlich ähnlich sehen würde ich brauchen und wahrscheinlich machen uns das kann das mit minus 1 habe ich dir auch auf die zwei hinweg hier hinten platz hier und dann kann man gleich zurück ja hier entscheiden wir uns jetzt machen die gargolz wahrscheinlich ja die gargolz die sind die bombe und die sind in den wald eingang die sind advanced wollen gleich mal auf den marken rauf damit die gargolz ein bisschen freier sich bewegen können die soran tropen gehen jetzt aus ok ich möchte nahe kommen yo die fusion die sind zurückgegangen ein modell auf dem marker der rest kann hier rein schmeiten die wollen natürlich nicht gleich von den thermis gechargt werden deswegen ein bisschen zurückgegangen advanced der schmeißt jetzt bomben noch und hat er schon ok alles klar ja und dann machen wir beschuss äh ne psihphase mental integration das ist jetzt genau das versucht der neurotruf ja das klappt diesmal nicht ja da gebe ich auch keinen kommandopunkt für aus weil ich glaube ich brauche meine kommandopunkte noch da wird das einmal geschafft drei punkte und das ist eine 8 plus 3 sind 11 6 6 plus 3 das ist jetzt jetzt kommen die würfel hier jetzt brennt der papst ähm wir haben da noch was ja dann nehme ich das natürlich so weg dass ich mache ich hätte so wegnehmen können dass die nicht mehr im nahkampf sind aber also ich hätte jetzt hier hinten ein stehen lassen können und so wegnehmen können jetzt aber darauf schließen können ich bleibe mit dem letzten modell halt im nahkampf steht alles klar der katalys ist oder liegt den versuch jetzt noch mal zu sprechen und das ist der philopane da hätte ich mal mindestens einer von stehen bleiben können das war kein guterwurf das und die terminatoren ja gut das bei den thermis hat es gut geklappt hat auch gelöst warte mal ne der hat die aktion gemacht der kann auch falschen nervenschock ja 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 genau ich spreche nämlich du hast dich geheilt ne für deinen cp den du bekommen hast ganz genau wie drei lebenspunkte drei stück nämlich der war der war bei 6 auf 6 ich dachte auch hier ok ich habe die katalys ach so ja alles klar stimmt richtig ich habe null befehlspunkte jetzt ich habe ein neun lebenspunkte so das ist nicht mehr aktiv das hat er gerade nicht sprechen er versucht irgendwas nervenschock zu ja macht das das klappt nicht ich hätte auch noch ballen können mit simi ich habe mal ganz kurz alles klar ja 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 gut das war die psi phase genau schweiterschlag ja das war ja alles klar hier kommt zur schussphase ach ne das klappt nicht also ok schussphase ja 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 genau ich fange mal mit ihm an der schießt in nahkampf weil er ein monster ist und zwar möchte ich ist das eine heavy waffe eigentlich das ist eine heavy waffe aber ich glaube keine exklusivwaffe jetzt wird es interessant eine exklusiv ah weil es d3 schuss sind ne es sind drei schuss dann ist keine exklusivwaffe wenn es blas wäre wäre es eine dx-waffe aber heavy ist sehr interessant weil bei heavy kriegt er minus 1 ja genau und ich gehe trotzdem also ich gehe nicht auf das motorrad sondern auf den habe ich mir gedacht weil das motorrad einen schaden auf eins setzt so sieht das aus ich bin wieder voll das heißt ich treffe auf zwei minus ein drei ein roll klappt sogar drei stück auf die zwei die schließen nicht die schließen auch nicht nur die türen können als klar das ist so wie viel reich worden haben wieder die säurespicker die haben 24 zoll ich messe ja alles auf die melder alles klar wir haben hier so bekannt eine biotik nur kein minus 1 soll schon im wald stehst schlimmer wird es nicht der wald steht vier mal so soll ich ja alles klar auf die drei tun sie ich nehme das mal weg weil das glaube ich nicht mehr spielrelevant wird da wieder schon fünf haben die es gab ist ja ja alles klar 1 trotzdem viel ja das 1 zu minus 1 wie viel schaden dann lege ich es ganz normal halte ich erst mal durch das halte ich trotzdem 2 da geht durch dritter geht durch viele pellen weil ich nehme so malo schieß habe ich eben etwas vergessen wobei die hat sich eine 3 dabei weißt du was noch ja weil ich stehe in der konkurve ist egal ich nehme ich weiß es nicht mehr ich hätte darauf achten müssen dann ist einer tot auf die drei und ich bin leviathan habe ich gerade schon gemacht glaube ich auch auf die stärke acht auf die drei ja beide ab hier wie viel damage dann lege ich es auf den der minus 1 damage macht minus 3 jetzt minus 2 halte ich nicht ja einer geht durch also einen schaden okay weil die haben minus 1 damage gekauft ja harte brötchen ja black temblers sind tough im nehmen ja ich brauche ein bisschen ja dann kommen wir nicht zu uns okay dann war das die schussphase der hat geschossen alles klar wir kommen vor nahkampf aus chargers ja genau die da muss ich aus dem weit raus ja hier das ist beides gleich weit wahrscheinlich ich würde auf deinen scharf schützen nein da war doch einfach mal ein relikt machen okay das wird reichen das wird reichen das reicht ich wirklich ich mach das mal nach bestem gewissen ja 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 stimmt damit ja genau weil ich das ja minus 2 im wald retour das nehme ich auch noch mal einen schaden machen mit seinem sniper das wäre schön okay ja dann ist er schon im nachkampf und die machen die jetzt so genau dann kannst du das angreifen wie viel schaden macht er noch mal nachkampf mit seinem schwert dann macht er drei schaden wie viel attacken er kann halt hellrecht töten wenn es richtig dumm läuft ich überlegen ob ich hier aber ich könnte hier ruhig und wenn ihr hast so gut machen nämlich nicht das ist dann habe ich mal fight first ich zähle immer als einer dritten routine und im bestehenden nachkampf habe ich eine attacke mehr weil das meine wo ist aber für mich immer gelernt wie vielen brauche ich haben wir gelernt wieder schön dachte ja und ich habe stärke plus 1 für die wallertrad stärke plus 1 für hellbrecht stärke plus 2 für scepter war das nur drei ja nein nur zwei ich habe vierer rüster einmal zwei schaden also ein bracket sieben ich habe durch den kanalist habe ich letzte runde habe ich welche wieder bekommen und dann habe ich von drei lebenspunkte wieder bekommen durch die regeneration dann mache ich jetzt noch mal keine alle karakterist ist durchgegangen ne das nicht das konnte ich nicht ja dann darfst du kämpfen 27 lebenspunkte habe ich noch bin ich noch voll gerade eben voll ein lebenspunkt weniger und ich wäre schlechter total ich bin ein und ich habe stärke 10 ist so post reiner hast du schon genommen ja zwei stück minus vier ich habe vier räder halte ich beide gott noch mal attacke ach fack wobei hätte nichts drüber ich hätte dir wo push machen können dann werde ich auf dem objektiv fließen aber du zählst als fünf modeller dann ist das egal welches corner acht also was machst du überhaupt du machst ein bisschen kannst du zurück ich habe das schon geschlagen ich habe doch fast gehabt ich habe schon geschlagen du tötest aber nur einen melder dann score ich acht leider nur komme auf zwei banner und jetzt muss ich mal hier ob zeigt an man glaube ich leuchten oder näher der muss sterben jetzt eigentlich ja wir kommen euch zurück ja attacke drauf model uns drauf liter nahe listen ihr fällt ist durchgegangen sind nach vorne gegangen habe zwei kommandopunkte hellbricht nach vorne er macht die aktion die haben tipp da master bekommen oder kommen auch schon im beschuss dann würde ich jetzt die melder hier auf die warrior schießen von denen chapter master habe ich brauche ich auch auf 3 2 stück minus 4 die 6 plus 2 2 3 leben dann kommen wir bei hellbricht schießt auch noch mal melder hier rein und wobei erst mal die dass das redakt hier hinten auf den drauf auf die zwei gibt es die drei mal uns die drei zwei mal uns für deine soren was auch immer noch getroffen wobei das eigentlich dumm wenn ich da rein schalte machst du die maute auf ihn ich packe immer hier hinten und rechtes weil du kannst trotzdem rein in die ja du kannst dich aber noch bewegen ja dann schießen hier so pistolen auf die warrior dann schießt grimalos mit der plasmapistole nicht über charge in die rein dann schießt hellbricht einfach in die rein melder und beides schießt der melder trifft melder verwundet vier der retter die sechs für eine bolder da macht dazu und das war es dann dann schalte ich die hier rein muss ich hier schauen wir schaffen sie mir eine 8 natürlich habe eine 5 gebraucht ich ja minus 2 also eine 7 die sind drin wie viel zyperst du einen dann die tannis würde ich für black templar war ich trotzdem mit fünf ja ich wollte noch mehr damit ich außen rum kommen und hellbricht schalte ich auch hinterher mit nach fünf wird das auch was und dann habe ich glaube ich alles im nahkampf was ich im nahkampf will mit fünf zoll sollte es reichen um hier zu kommen so sind noch vier stück und dann aktiviere ich halt hier rum so du kannst ja eh nicht unterbrechen ich würde hier unten zuerst kämpfen das sind fünf stück die haben zwei attacken base 3 für den charge 4 für die litanei 5 das kettenschwert also habe ich jetzt fünf mal fünf und eine dazu für den ketten und der hat sechs war eine mehr für genau eine für die litanei also zwei von haus eine litanei eine für das kettenschwert und den charge genau die haben wir haben nicht den chapter master also brauchte rein das sieht nach einem soliden alter ja nur zwei nicht getroffen vier leider noch weil hellbrecht zu weit weg ist ja 5 und 6 und das sind schon ein paar sechsten dann hast du hier schon mal fünf schaden und sechs model wohns also elf das neun lebenspunkte das macht die wende sich natürlich so zuck 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 dann sind die furt können wir das im nahkampf die gargolz so das war die aktivierung dann würde ich tatsächlich in die rein konsolidieren also das eben war die aktivierung nicht zuerst gemacht hat natürlich und ja dann dürfen die noch kämpfen theoretisch aber erst mal gleich hier ich brauche mal zwei cp ich will es einfach wissen was die so können thermics haben nämlich nur drei attacken im charge das sind drei sechs neun zwölf und der captain hat nämlich eine mehr das heißt er hat drei von haus aus vier im chart und eine für champion of the fees das ist das upgrade was ich gekauft habe den mache ich nämlich zuerst ich zünde einfach mal ich meine der ist eh tot glaube ich aber ich zünde mal plus eins zu hit für terminatoren der trifft jetzt eigentlich auf dreien trotz minus eins weil er ein zweier kg hat und jetzt trifft er wieder auf zwei ja stärker hat er jetzt neun also auf dreien weil hellbrecht plus eins gibt das sind chainfist das ist minus vier schon mal warte immer noch mal weiter die treffen auf vier also auf dreien weil ich plus eins gegeben habe die haben ach doch die haben ja re-rolls für die blitzing of hate entschuldigung wo kommt treffen alle mit plus eins zu hit und brauchen dreien weil die chainfist neben hellbrecht auf starke neun gehen ne chainfist achso auch dann hast du zwei vier sechs acht zehn elf minus fünf die haben die drei schaden achso zwei drei vier fünf stück gehen durch ah nee du bist ein monster ne ich bin monstern ich muss gucken ob die chainfist bei monstern die also bei vehikel macht sie nämlich drei flat ja wie viel sind durch fünf ich guck mal eben nach also fünf gehen durch dann würfel doch mal fünf eins mit eins drei vier fünf sechs sieben acht acht ja viele fans gehen nicht durch ne 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 hellbrecht hätte auch noch kämpfen können aber ist ok so bei einer sechs plus schlage ich um mich mal nicht okay ich falle einfach um mich zusammen gut ähm das ist gut für mich dann kontrolliere ich das ist nämlich die wand gegen mortal wunst ich brauche für meine charaktere hier darfst du noch kämpfen ja ich gehe nicht ganz so doll rein aber ein bisschen kommt zurück passt doch nix achso ja ja das ist wahrscheinlich ja also genau ja wir schlafen mit allen zu das 3 4 5 naja nicht alle eins achso ja wir haben die sommerregel dass sie innerhalb von zweieinhalb zoll dann können alle kämpfen acht zoll ne acht stück also die ganzen ja ein neun machen neun wir treffen dich auf 4 ja 1 2 eben zweimal das ist nicht so einen wiederholen für ja drei stärke drei auch die fünf einmal minus nichts oh geht durch ja das ist so ja dann war das deine runde glaub ich ja ja ähm das war eine erfolgreiche runde würde ich behaupten ich mache oath of moment für ich habe einen monster getötet habe moral bestanden äh nicht gefällt hab mich nicht zurückfallen lassen halte die mitte also drei punkte oath ich habe push and back für also schocktactics für 4 gemacht und 2 für banner und ich habe noch 1 CP ausgegeben und so, jetzt kommen wir Runde 4 Tyraniden du scorest 8 ja und 2 Banner ja genau, wird jetzt dünn hier hier bleibst du drin, hoffst, dass die Smites reichen um die zu befreien ansonsten bist du dich hier nach vorne da werden jetzt gleich die Teile hier reinrennen in meine Thermis und gucken, ob sie Mortal Wounds machen oder wahrscheinlich sogar in meinen Chaplain vielleicht vielleicht auch das und der Dicke schießt jetzt nochmal irgendwie ein paar Dinger durch die Gegend und dann sind wir auch durch Spurenminen Klicke also, bringt es hier noch was zu blocken geht es noch schauen wir mal alles klar gut, dann machen die noch die Bewegung oder charten die noch die Rückenform 8 Zoll kann ich mich verbringen in wen willst du rein Thermis oder Chaplain ich glaube ich gehe die Thermi das sind 6 Stück 2, 4, 6 uiuiuiui das sind W3 nochmal 3 W3 2, 3, 3 2, 3, 4, 5 5, 6, 7 7 natürlich da brauchen wir mal ein paar Fünften hier oder auch nicht keine einzige zwei Teile ist doch genau dann ist das so Bornmine ja gut das ist der Shit Philopane kann man ruhig mal ein paar halten eigentlich das war die Bewegung das war die Bewegungsphase so wie kommt es auf die Phase die versuchen die Landesmeiten ganz genau mit ihren 3 das ist eine 13 das ist ein großer Smile der 6 plus 2 noch ne plus 3 immer noch 3 6 schau bis jetzt ja jetzt kommen sie äh 3 reicht trotzdem ich glaube ne wo kommt der dann her war schon einer angeknackt ja ich glaube dann reicht es für 2 ok dann kann der den Ruf noch die Psych-Interversion ganz genau Dankeschön musst du nicht aber doch 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 ich gucke mal ob die 4 plus banne ich dir für 1 EP nein heftig ja das soll gibt es die Phase ja wir kommen zur Schlussphase ja die 3 versuchen mit ihren Waffen den da zu killen ja ich muss dich treffen du hast dich bewegt ja ja das ist eine schwere Waffe ja also sind jeweils wie 3 Schuss ja 3, 4, 5 ja 3, 4, 5 ich treffe dich auf die 5 ja ein 2 Stück durch und das sind das ist jeweils eine tödliche Wohnung ja steht da mit einem ah ne er hat nur noch einen klingling ja das war die Schussphase die sind weit weg und wir kommen zur Nahkampfphase ja du wählst als erstes ja dann bin ich mit denen dran die haben immer noch ja warte 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 ich gebe einen Befehlspunkt aus für toxiblenden das Gift heißt das glaube ich genau machen wir schon mal ja was macht das minus ein vom Trefferwurf ok ich habe immer noch das nicht wiederholen ich habe noch mache ich ähnlich ich habe noch immer also ich habe zwei Attacken Base eine für das Kettenschwert für meine Vow habe ich eine Attacke auch im bestehenden Nahkampf zwei Normal Vow Kettenschwert und Litanei also immer noch die gleiche Anzahl an Attacken dank der Vow und das sind aber noch drei Stück und der eine hat sechs von denen keine wiederholen ist wieder so ein guter Wurf und rein und dann hast du jetzt schon mal wieder die Mortal Wound die dann alles noch an und du hast auch minus irgendwas minus zwei habe ich ja alles klar gehen alle durch dann zwei vier sechs dann sind zehn durch und nochmal vier Model Wounds tschüss Gargäule krass die Model Wounds ist echt eine coole Litanei very squishy and very deadly ich transoptiere ich aus dem Wald raus das ist wichtig ja und dann war es das das war meine vierte ja dann score ich jetzt zwölf und zwei Banner jetzt habe ich nämlich auch mal eine zwölfer Runde und das gucken wir mal was wir jetzt machen ja plus eine Attacke für plus eine Attacke für Hellbrecht Litanei of Hate ist durch äh Canticle of Hate ist durch tschuldigung ähm Chapter Master auf die drauf und Grimaldus macht hier einen Banner der ist zurückgegangen in Sicherheit die sind einfach hier draufgegangen klauen die jetzt quasi das Objective weil die keinen Obstack haben ne können die was im Nahkampf? gar nichts gar nichts dann kann ich sie aufs Schaden fassen ne ja ja die haben eine Attacke treffen auf fünf ja ok gut dann schieße ich mit dem Bike in die Minen rein äh zweimal zwei Minen weg ähm Hellbrecht mit seinem Bolter in das Ding rein mit dem Melter in die Wache Melter trifft nicht weil ich weil ich ist so ein Kombi äh Bolter RapidFair 2 ist es glaube ich trifft mal auf dreien weil Kombi äh kann mal ne äh Tafnis drei ok reicht nicht äh dann die Melter hier äh auf die Wachen äh einen sind wiederholen für Hellbrecht und dreien ja die da? ja dreimal minus vier die gehen durch ok die haben drei oder vier Lebensmittel der erste Schipp nicht der erste ist tot und der andere kriegt nur einen Damage vier Lebensmittel ja war klar ähm ja dann komme ich hier zu Pistolen in die zwei Truppen rein jup nö ähm dann chart ich ähm kriegt der E plus 2 ähm ja ich würde das ganze andere gar nicht machen hier rein mhm wir wollen an die plus 2 reicht das schon vielleicht 6 das reicht nicht ich brauche eine 7 so machen sie es mit plus 2 check check und Hellbrecht möchte gerne in die rein mhm und plus 2 macht er auch mhm der kann ja fast sogar hier reinrennen mhm willst du hier wohl schon nominieren? ich verzichte ähm ja und dann äh ja kannst du nicht unterbrechen ne? doch du äh das 2 CP hellbrecht hat plus 1 Attacke also kommt er glaube ich auf 9 Attacke jetzt im Charge und rasiert dann mal kurz durch oder auch nicht weil da 4 1 sind gefällt oh Gott oh Gott wie viel Tafnis? B1 um 5 das ist dumm zweimal nur äh minus 4 jetzt gerade ja 3 flat dann sind beide tot ne einer hat noch einen der erste stirbt und der andere hat 4 Lebensmittel das ist bedauerlich ähm ja da muss ich wohl hier rein zack zack äh die Thermis äh kriegen plus äh ne die haben eh einen Chapter Master äh ich mach den Chef zuerst der hat 3 Attacken 4 durch Champion of the Fies 5 im Charge ähm re-rollt jup trifft um einen besser äh auf die ja 2x minus 4 auf die so ein Truppen? ja mit 4 der Attacke zu ja macht er und der andere hat 3 Attacken äh alles re-rollen jup und auf 3 Tafnis? weiß ich nicht ach scheiße ich hätte die doch chargen sollen egal ich hab's vergessen ähm ja und dann ähm ich halte das Objective ähm mach push sein Back also ich kriege wieder 4 Punkte hierfür ähm ich kriege für Oath of Moment 2 Punkte und du darfst jetzt noch zurückkämpfen wenn du möchtest machen wir eben Off Camera ja also er hat jetzt hier den Banner verloren er hat das Objective verloren ich hab Schock Tactics gemacht äh Oath gemacht und äh du scorest da 4 mit einem Banner hast eben äh Psychic gemacht und du hast die Frage was du jetzt noch machen kannst ne wir können das dabei belassen ja Runde 5 äh du kannst noch mal gucken ob du ähm mit einer 4 äh ob du meinen Psychic integration machst mit einer 6 äh würde ich dir versuchen zu bannen mit einer 7 äh der ist vielleicht kockt ich mach's mal fairerweise so äh ich würde ein CP ausgeben auf die 4 plus ja ist gebannt ähm ja und dann können wir's glaub ich belassen ne also du magst die wegsmiten vielleicht aber ich halte hier trotzdem ja ähm du wirst die nicht im Charge töten das heißt ich score auf jeden Fall ähm du machst jetzt noch mal am Ende einen Banner da hinten ähm ähm ne erstmal machst du oder Psychic machst du nicht nur Prisoners wäre halt interessant also ich sag mal die 2 Thermis meidest du noch weg ähm insgesamt noch mal so viel haben die 2 dem 3 also die ja ob die oder die dann ist es auch egal ja genau das ist egal dann machst du noch einen Banner und zwar für 2 Punkte weil am Ende des Spiels scorest du den nochmal ähm du hast 4 gescored Psychic machst du nicht das war nicht so gut 6 zu No Prisoners ich mach jetzt nochmal ne 12er Runde ähm ist halt die Frage ob ich die da oben wegkriege das wäre nochmal interessant die Frage ist ob du ihn tötest mit Immortal Wounds weil sonst könnte er da oben aufrollen sollen wir das einmal ja ähm ähm ne so wird es nicht 2 und 2 plus 4 3 3 hält er alle dann wäre interessant wie viel ich da oben töte ähm achso ich hätte hier natürlich so eine große Spornmeme im Land gemacht achso dann wäre er da nochmal durchgefahren ja weiß ich nicht ob er da durchgefahren ja wahrscheinlich wie viel Lebenspunkt hat er er hat erst 3 Schaden bekommen er hat noch 6 Lebenspunkte ja ne ok wahrscheinlich er hat nochmal wie viel Spornminen das wären 1, 2, 3, 4 ne wie viel Spornminen wären das 6 ah ok ne meint es mal 6 ähm aha ok 1 das wären ui das wären 4W3 ja mach mal 4W3 ja 4 4 plus 1 5 ja überlebt auf jeden Fall mit äh 2 Leben hat er da noch die Melder schießen mal rein äh der trifft nicht auf 2 so dann wären 3 auf jeden Fall schon mal im Melderbeschuss gestorben äh ich guck ob die Melder also ich guck erstmal die Litanei plus 2 auf Charles das geht dann schalten die noch rein auch wenn du vorne weggenommen hättest wären die drin ich hätte den sogar noch Obstück geben können am Anfang äh wäre hier jetzt drin äh die wären wahrscheinlich tot äh hier mach ich auch nichts mehr der wäre wahrscheinlich nicht tot aber äh ist es ein Monster? nein ok äh dann wäre es nur noch interessant ob mein Chaplain da oben irgendwie tötet äh trifft äh verwundet alles dann sind noch mal fünf Stück tot die haben ja keinen Retter ne? bitte? ja fünf Stück tot und dann dürfen meine ähm Typen noch campen die zwei die schaffen es treffen alles und verbunden ja gehört das auch mir dann mach ich nochmal Shop Tactics ähm ja gutes Spiel ja von hier ähm was sagst du? topi 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 am Anfang äh hab ich gedacht ich bin eine gute Wand und dann kam so eins nach dem anderen das war aber es hat Spaß gemacht das war das war gut zu sehen wie also die die Soanthropen da muss man wahrscheinlich wenn man ähm es noch besser machen möchte muss man wahrscheinlich zwei Einheiten hat der Gegner ja auf jeden Fall aber die ist das Ananas also hat Spaß gemacht auf jeden Fall ja fand ich auch vielen lieben Dank fürs Spiel ähm ich score jetzt quasi nochmal hoch und zwar am Anfang mach ich drei Banner und am Ende nochmal drei ähm damit hab ich tatsächlich ein echt gutes Scoring gemacht weil ich score jetzt nochmal zwölf am Ende äh ich mache Shop Tactics weil ich dich da runter boxe für vier Punkte und O's nochmal für zwei und dann kommen wir zu einem äh Ergebnis von 93 zu 62 für die Templar das ist am Ende doch recht durch meinen Nachzug deutlicher geworden als das Spiel glaube ich aussah weil ich war auch sehr ausgedünnt auf jeden Fall ne ja ja und dann kam die Terminator ja wir haben ja den Charge nicht geschafft das war ja absolut ja 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 und trotzdem Obergau ähm schön was waren so was hältst du von den also was ähm was waren so deine deine Top Einheiten bei dir äh die Tyranten machen die hab ich das erstmal ausprobiert sodass der Schwarmtyrant nicht angegriffen werden kann ja also per Fernkampf das war Schwarmtyrant vielleicht nächstes Mal auf äh mit Wings ja dann ja wahrscheinlich schon da gibt's dann das ähm die Fechtsoption dass er sich wieder zurückziehen kann wenn er im Nachgriff gekommen ist das höre ich immer wieder dass das sehr 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 gut ist dann vor allem was kaputt macht und dann wieder zurückfliegt ja und du kannst halt viel besser dann Linien ziehen mit der Waffe du hast halt viel mehr Bewegung um da Linien zu ziehen was fandest du bei mir äh am nervigsten am nervigsten also wahrscheinlich hätte ich also die Melter die Melter waren die waren die ganze Zeit so obwohl es nur drei waren waren irgendwie die ganze Zeit so ja hier hab ich natürlich die Elf gewürfelt das war natürlich richtig hart ja ja das war das war anständlich aber dafür hast du halt den Charge die drüben nicht geschafft so ja keine Ahnung die waren ja das waren ja keine Rieseneinheiten die ganze Zeit die Terminatoren waren irgendwie auch Threaty und naja das Motorrad ist halt auch echt unangenehm gewesen ja dass man das mit der Reduktion das war echt weil da bringt dir auch der gute Schwarmtürrand ein wenig ja und das mach ich hier für vier Punkte hab ich mir glaube ich schon geblieben die fand ich gut ja ja genau für knappe 100 Punkte 100 Punkte ist echt nicht viel ähm halten zwar nicht viel aus aber wenn sie ankommen die Mortal Wound Eternahe hat mir eigentlich am besten gefallen in dem Spiel immer nochmal hier auf die 6 nochmal 1, 2 Mortal Wounds extra das ist so dieser kleine Schaden der denen eigentlich sonst fehlt jo es hat mir richtig Spaß gemacht es war am Ende ich glaube punktetechnisch deutlicher als ich es hätte erwartet jo auf jeden Fall vielen Dank fürs Spiel mein Relikt war der Loser des Spiels äh zweimal die 1 Kürfel der braucht nur eine 2 das war ein bisschen traurig das war auch der einzige äh Fernschießer ja aber ansonsten ist mein Plan eigentlich aufgegangen die haben mich etwas überrascht dass die Gargoyles eben alle gegangen sind ja 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 gut die haben ja keinen Rädder dann auch wieder mit 6 3 Model Wounds war da glaube ich auch wieder bei ne dann stimmt es aus ja aber super ich danke dir fürs Spiel mein Lieber und hoffe es hat dir Spaß gemacht auf jeden Fall cool dann viel Erfolg beim Turnier bis dahin danke tschö 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 tschö